Der universelle Haken-Satz ist super stabil, um zum Beispiel einen Bremssattel daran aufzuhängen, ist aber so flexibel, dass ich ihn mir selbst in die richtige Form biegen kann. Der Satz besteht aus zwei Haken, 24 cm lang. Beschichtet sind die Haken mit einer optisch sehr auffälligen Signalfarbe, die verhindert, dass man diese Haken am Fahrzeug vergisst. Das Material im Inneren der Haken wurde so gewählt, dass es super robust und stabil ist, ich mir aber trotzdem den Haken in die jeweilige Form biegen kann, je nachdem wie ich ihn benötige. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020